So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Schinken vs. Sports Wir werden ja jetzt mal sehen, wie weit wir hier kommen, ja? Ich habe bisher lange nicht mehr gespielt Ja, mein Aim hier ist fantastisch, ja? Erstmal wieder daran gewinnen, dass man hier nicht rennen kann und gleichzeitig nachwerden kann Was ich ein kleines bisschen kaka finde Also nicht kaka wie der Spieler, sondern kaka wie Scheiße Ja Ja, da sieht man ja schon meine 1a Skills, ja? Meine Maus ist auch etwas empfindlicher Was vielleicht nicht die beste Idee war Bei diesem Spiel, huuuhu Ich werde das mal hier ein kleines bisschen rundher Drehen Zumindest was versuchen Maus Sensitivity Ja, stöldigung Ja, um die Hälfte verringern Oh Gott, ne Options Ja, Entschuldigung Das hätte ich vielleicht auch schon machen So linear Aber ich habe gedacht, ja, das wird jetzt ganz locker lässig gehen Weil ich mit, bei Battlefield auch mit der Steuerung so, bzw. mit der Sensitivity spiele Aber da habe ich mich wohl getäuscht Ja, ich habe mich getäuscht Ja, aber das tut ja jetzt nichts zur Sache Wir werden hier erstmal ein bisschen Call of Duty spielen Ja, da ich einfach ein bisschen Lust habe Das hier jetzt zu spüren Assa Ultri Falls Ja Dann nehmen wir erstmal die FMG 9 Huui So Und ich hoffe, ihr hattet eine geile Woche bisher Das war Himmelfort, ja Da muss man sich erstmal leicht betrinken Ich zumindest Und das ist etwas ausgeordnet Am Ende lage ich dann Auf der Bank Oh Gott Mein Aim lässt ja heute wirklich Zu wünschen übrig Fick dich Komm Du lebst noch So, ja, ich weiß Ich werde ja wahrscheinlich Gleich erst mal in der ersten Runde etwas verkacken Ja, aber Ich hoffe, ihr könnt mir vorzeihen Für meine Simple Hafte Nubigkeit, ja Wir werden hier jetzt einfach mal uns diese Schrotflinte kreien Einfach weil Kein Plan Nein, einfach, dass wir Und breitere Eine breitere Angriffsfläche haben Ja, mein Herr Und jetzt Erstmal auf den Gegner warten Gegner warten Und F5 drücken Hui Hui Ja, klar Nein Hühnchen Hühnchen, ihr kommt mal her Ja, was ist denn los? Ach, ja, ja So Ich hasse sowas von, ne? Hundert Zwei Hundert So Ja, wir haben sie erledigt So Erstmal hier hinter diesem Bisschen Notrettung suchen Motherfucker So Crazy motherfucker Sag ich denn nur Crazy motherfucker Ja, wir holen uns hier erstmal eine Rocket Oh, das Fenster ist kaputt Huiiii Guck mal, wie blöd der ist Ja, ich meine, es ist traurig, aber boah, ich muss wieder Erfahrungen sammeln Jetzt werden wir uns erstmal auf den Weg zur nächsten Shoppingangeburt machen Okay Dann warten wir hier mal ab bis What? Ach komm, fick dich, scheiß Soldat Oh Oh, ist das da oben? Wenn ich jetzt noch zielen würde, ja Warum ziele ich nicht? Nachladen Crazy motherfucker Oh, die Pistole ist auch da Nachladen So Und jetzt Das dann mal Und Beziehungsweise Achso Bleibt mich nicht ganz hier genug Ich will die Städte mit Aber wir holen uns erstmal einen Asa Ultri 4 So Meine CM901 Achso Ich sollte schlecht Munition machen Das war keine schlechte Idee Also Leute, jetzt Munition Nein, Spaß beiseite Ich muss hier Concentuated spielen Fensterscheiben sind, was wir auch schlechter Da war er weg Bam Und Du Feigling Wait Oh Ja, meine Mein neuer All-Time-Favorite Oh nein Die Position ist leer Die Waffe ist leer Oh nein Oh Gott Ich sage es dir Ich werde hier erledigt Spring Schlampe So Oh, ich habe sogar jemanden erledigt Ja, rennen wir erstmal ein Stückchen Ja Verschenzen uns hier hinter der Kante Scheiß Kämpfer Als nächstes kommt Le Hübschruppel Und will uns versuchen zu erledigen Also machen wir uns hier auf Auf unsere Superkampf-Vision Und will uns erst einmal ein bisschen Munition Denn die werden wir brauchen Wenn wir Helikopter erledigen wollen Geht nicht kaputt Ja Hier ist jetzt richtig Ich lauere nach Hui So Was habt ihr eigentlich mit einer Taxe gemacht? Oh, ich denke immer noch Das ist viel zu leid auf meinen Ohren Ist das ein Summen und Brummen hier Ja Ich hoffe, ich komme dagegen an Guck Das ist schon der erste Lübschruppel Ba Nummer 1 ist erledigt Und jetzt gucken wir hier mal nach Nummer 2 Und schon muss ich mich verstecken So Oh, geil Geil Und dann wollen wir uns noch Durchschauen Nein, ich will mir jetzt erst einmal eine Schützweste Ich will ja hier schließlich Nicht so inkompetent sein Und das wieder vergessen Ja Ich meine, ihr denkt Habt ihr wahrscheinlich eh schon abgeschalten Ja Aber naja Wenn ihr auch denkt Dann müsst ihr das so machen Erstmal hier eine Bote Ich will meine Waffe nicht abgeben Die größten Feiglinge Schlimmer als Camper So Spring Und bleibt nach Kommt ihr hier rein Na komm Oh Oh Du fuck Los, lasst mich vorbei Ich bin wichtiger als ihr Auch wenn ich schlechter bin als ihr wahrscheinlich Ja, genau So Erstmal nachladen hier So Jetzt erstmal Ein bisschen Puedetto Rakete holen Mein Fehler ist das letzte Mal voran Nämlich nicht zu holen Und somit hab ich Hab ich noch ne Granate? Nein Ja Hammer geil Mach das Schinken Aber schon mal Der Fensterschreiber kaputt Der kleine Randhalle Soll ich bald was gucken Shotgun Na Die werde ich mir dann mal holen Die Stryker Keep your distance Alter Wenn jemand nachlädt Schießt man nicht Rückzug Kuckuck Oh guck mal Die lassen so viel Geld fallen Jawohl Der Suicide Bomber Wirklich noch einen Nutzen hat Das Gebäude stürmen Jemanden töten Und hier noch rausrennen Nachladen Oh Scheißschrottflinten Noob Yeah Heute haben wir all unseren Skill ausgepackt Ja Schlechtester COD-Spieler ever Lustig Wartet Wartet Das kann ja besser Was Noch nicht Ja kommt Ich muss mich auch schon mal hier um diese scheiß Köter kümmern Ich sag euch eins Wenn ich eins mehr hasse als Spinnen Gut Wunde mit Spinnen Zu vergleichen Ist etwas perfider Aber ich hasse wirklich Diese scheiß Köter Ich habe dir eine Schande ausverhalten Und dann bin ich wieder raus No Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.